Deutsch-Test für Zuwanderer Hören Teil 1 Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Gart, hier ist Peter Lieberts von der Firma Sinus. Sie haben sich bei uns als Mitarbeiterin in unserem Callcenter beworben. Das heißt, Sie kommen einfach vorbei und schauen sich an, wie wir hier arbeiten. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte Frau Heine unter der Nummer 4748 Nummer 1 Guten Tag, hier ist Claudia Kessler von den Stadtwerken Düsseldorf. Herr Matuschek, wir waren gestern bei Ihnen, weil wir in Ihrem Haus den Stromzähler ablesen wollten. Leider waren Sie nicht zu Hause. Bitte rufen Sie uns an und machen Sie einen neuen Termin. Unsere Telefonnummer ist die 50 68 14 Vielen Dank und auf Wiederhören! Nummer 2 Hallo, hier ist Adam Fischer von der Agentur für Arbeit. Frau Böhmer, Ihr Bildungsgutschein ist da. Sie können jetzt eine Weiterbildung machen. Die Kosten dafür übernehmen wir. Außerdem bezahlen wir während Ihrer Weiterbildung die Kinderbetreuung für Ihre beiden Töchter. Wir brauchen nur eine Bescheinigung des Kindergartens. Kommen Sie doch bitte am 5. April in mein Büro und wir füllen die Formulare zusammen aus. Danke und auf Wiederhören! Nummer 3 Guten Tag. Praxis Dr. Beck. Marion Hauser am Apparat. Herr Holstein, ich möchte Sie an die Impfung Ihres kleinen Sohnes Alexander erinnern. Dr. Beck kann dann auch gleich die Kontrolluntersuchungen machen. Kommen Sie einfach zu unseren Sprechzeiten vorbei. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr. Freitags ist unsere Praxis bis 12.30 Uhr geöffnet. Bitte vergessen Sie den Impfpass von Alexander nicht. Auf Wiederhören! Nummer 4 Guten Tag. Hier spricht Markus Neuner von der Autowerkstatt Friedrich. Herr Lee, Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen früh ab 8 Uhr abholen. Die Bremsen hinten waren kaputt und die Batterie mussten wir auch austauschen. Außerdem haben wir neue Glühbirnen eingebaut und das Motoröl gewechselt. Die Reparaturen kosten ca. 400 Euro. Vielen Dank! Hören Teil 2 Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 Liebe Hörer, es ist Viertel nach 8 und Zeit für unseren Blick in die Sterne. Hier ist Ihr Horoskop für Montag, den 6. April. Fische Sie hatten in letzter Zeit viel Stress. Ein Kurzurlaub würde Ihnen guttun. Stier Ihr Partner braucht Ihre Hilfe. Lassen Sie ihn nicht im Regen stehen. Zwillinge Sind Sie in Ihrem Beruf unzufrieden? Ihr Traumjob wartet schon. Löwe Sollten Sie im Moment... Nummer 6 Hier noch eine Kurzmeldung der Deutschen Bahn. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Hockenheim werden am kommenden Wochenende Bauarbeiten durchgeführt. Die Regionalbahnen zwischen Mannheim und Hockenheim fahren deshalb am Samstag und Sonntag nicht. Stattdessen gibt es eine Busverbindung. Die Busse fahren alle 30 Minuten. Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Sie an den Serviceschaltern der Deutschen Bahn und im Internet. Nummer 7 Willkommen zu einer neuen Runde unseres beliebten Gewinnspiels Deutschland Tour. Gewinnen Sie diese Woche eine Kurzreise nach Dresden. Lassen Sie sich in einem Vier-Sterne-Hotel verwöhnen und lernen Sie die wunderschöne Stadt Dresden kennen. Wenn Sie mitspielen möchten, rufen Sie uns an und beantworten Sie unsere Gewinnfrage. Die Telefonnummer sage ich Ihnen nach einer kurzen Werbepause. Nummer 8 Und hier ist Tobias Steiner mit den Verkehrsmeldungen. Auf der A8 zwischen Ulm und München werden 12 Kilometer Stau gemeldet. Unfall auf der A7 zwischen Kempten und Ulm 6 Kilometer Stau. Und soeben berichtet uns die Polizei, dass Ihnen auf der A96 zwischen Lindau und Otto Beuren ein Falschfahrer entgegenkommt. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorbei ist. Nummer 9 Und nun zum Wetter. Am Freitag regnet es im Osten und im Süden Deutschlands. Im Flachland geht der Regen in Schneeregen über. Dazu kommt ein starker Wind. Im Westen scheint überwiegend die Sonne. Dort ist es mit 5 Grad auch am wärmsten. In den übrigen Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf minus 4 Grad zurück. Die Aussichten fürs Wochenende windig und kalt. Hören Teil 3 Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist. Und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, Herr Becker. Ich bin Melanie Erdmann, die Personalmanagerin von MeisterTech. Guten Tag, Frau Erdmann. Erzählen Sie mir doch mal, was Sie über unseren Betrieb so wissen. Sie sind der größte Elektronikhändler in Süddeutschland. Und haben über 5000 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren wollen Sie vier weitere Elektrogeschäfte eröffnen. Als Elektrikermeister würde ich sicher gut in Ihr Team passen. Sie haben sicher gut über unsere Firma informiert. Wann haben Sie denn Ihre Meisterprüfung gemacht? Vor drei Jahren. Danach habe ich bei Elektrobusch gearbeitet. Aber leider wird die Firma im Sommer schließen. Sie könnten also im August schon bei uns anfangen? Ja, das geht. Meine Firma schließt am 30. Juni. Sie wissen, dass wir ein neues Geschäft in Stuttgart eröffnen. Können Sie sich vorstellen, umzuziehen? Natürlich. Im Juli könnte ich mir dann eine Wohnung in Stuttgart suchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Samsonow. Ich habe Sie und Ihren Mann ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Jansen. Danke, es geht uns ganz gut. Wir arbeiten nur beide sehr viel. Mein Mann ist auf Montage im Ausland. Auf Montage? Wo denn? In Norwegen. Seine Firma baut dort neue Gasrohre. Eigentlich wollte ich Ihren Mann etwas fragen. Aber vielleicht können Sie mir auch helfen. Um was geht es denn? Meine Familie und ich fahren nächste Woche in Urlaub. Könnten Sie vielleicht in dieser Zeit unsere Katzen füttern? Ja, das mache ich gern. Wie oft soll ich die Katzen denn füttern? Zweimal am Tag? Ja, Sie bekommen morgens und abends eine Dose Futter und frisches Wasser. Das ist schon alles. Kein Problem. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen dann morgen unseren Schlüssel. Nummer 12 und 13. Guten Tag, Frau Bayer. Haben Sie die Wohnung gut gefunden? Guten Tag, Herr Steiner. Ja, ohne Probleme. Schön. Dann gehen wir mal rein. So. Das ist der große Flur. Oh ja, hier ist wirklich viel Platz. Und hier rechts ist gleich das Wohnzimmer. Mit Blick auf den Rhein. Ach, das ist schön. Das Zimmer ist hell und freundlich und der Ausblick auf den Rhein ist natürlich toll. Direkt gegenüber ist die Küche. Die muss allerdings renoviert werden. Stimmt. Die Tapeten sind schon alt und der Fußboden ist auch nicht mehr schön. Das Schlafzimmer ist hier. Und gleich daneben ist das Bad. Ach ja, ganz modern. Ja, die Fliesen sind fast neu und die Badewanne auch. Na, was sagen Sie? Die Wohnung gefällt mir gut. Sie soll 550 Euro kosten, richtig? Ja, 550 Euro kalt. Dazu kommen noch die Nebenkosten. Gut. Ich bespreche das mit meinem Mann und rufe Sie morgen an. Nummer 14 und 15 Melnick? Guten Tag, Frau Melnick. Hier ist Michael Peters, der Klassenlehrer Ihrer Tochter Hanna. Ach ja, guten Tag, Herr Peters. Hat Hanna ein Problem in der Schule? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich rufe an, weil Sie gestern nicht beim Elternabend waren. Und da wollte ich... Gestern war Elternabend? Das wusste ich ja gar nicht. Hanna hat nichts gesagt. Ich habe den Kindern letzte Woche eine Einladung für die Eltern mitgegeben. Ich habe keine Einladung bekommen. Vielleicht hat Hanna vergessen, sie mir zu geben. Ist nicht so schlimm, Frau Melnick. Ich rufe an, weil wir in vier Wochen Frühlingsfest haben. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kuchen backen würden. Oh, ich kann leider nicht gut backen und auch nicht kochen. Helfen möchte ich aber schon. Kann ich etwas anderes machen? Ja, es gibt genug zu tun. Möchten Sie vielleicht die Getränke verkaufen? Ja, das mache ich gern. Prima. Danke, Frau Melnick. Dann sehen wir uns beim Frühlingsfest. Ja, bis dann, Herr Peters. Auf Wiederhören. Nummer 16 und 17 Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne etwas gegen meine Erkältung. Was nimmt man denn da so? Da gibt es verschiedene Medikamente. Haben Sie auch Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Aber Kopfschmerzen. Dann empfehle ich Ihnen, diese Schmerztabletten zu machen. Mit Vitamin C. Haben Sie auch was gegen Husten? Ja, natürlich. Hier, diesen Hustensaft. Davon nehmen Sie bitte dreimal täglich 20 Tropfen. Immer vor dem Essen. Kann ich den Hustensaft auch meinem Sohn geben? Er ist nämlich auch erkältet. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Er ist acht. Nein, Kinder unter zwölf Jahren dürfen diesen Hustensaft nicht einnehmen. Ich gebe Ihnen einen anderen. Hier. Kinder ab sechs Jahre nehmen davon zweimal täglich zehn Tropfen. Wenn der Husten nach drei Tagen nicht besser wird, gehen Sie mit Ihrem Sohn aber bitte zum Arzt, ja? Ja, vielen Dank. Das ist dann alles. Dann bekomme ich bitte 18,50 Euro. Hier, bitte. 20 Euro. Und 1,50 Euro zurück. Auf Wiedersehen. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Hören, Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Den ganzen Tag Schule, das soll für alle Grundschüler in Deutschland zur Pflicht werden. Wir haben für Sie eine Umfrage gemacht. Sollen Kinder in eine ganztägige Grundschule gehen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Hören Sie nun einige Aussagen. Beispiel Ich glaube, die Kinder von heute haben gar keine richtige Kindheit mehr. Sie sollen immer nur lernen, lernen, lernen. Früher waren die Kinder nur bis mittags in der Schule. Nachmittags haben sie Hausaufgaben gemacht. Und dann sind sie zu anderen Kindern aus der Nachbarschaft gegangen. Sie haben draußen Fußball gespielt. Oder sind zum Schwimmen gegangen. Das ist für Kinder sehr wichtig. Wenn sie aber den ganzen Tag in der Schule sind, haben sie zum Spielen gar keine Zeit mehr. Nummer 18 Meine Tochter Trixie ist sieben Jahre alt und geht in die Grundschule. Eine Ganztagsschule. Wir haben uns extra dafür entschieden, weil die Kinder nachmittags viele Möglichkeiten haben. Sie machen Musik oder tanzen, kochen zusammen, malen oder basteln. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld ich dafür monatlich an verschiedene Vereine bezahlen müsste. Außerdem geht Trixie gerne in diese Schule, weil sie dort viele Freundinnen hat. Und weil die Lehrer auch sehr nett sind. Nummer 19 Wissen Sie, ich finde eine Ganztagsschule gar nicht schlecht. Meine Frau und ich, wir müssen den ganzen Tag arbeiten. Und wenn wir abends nach Hause kommen, dann müssen wir uns noch um die Hausaufgaben von Andreas kümmern. Ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal schon ganz schön anstrengend. Man hat abends einfach keinen Kopf mehr dafür. Ich habe gehört, dass die Kinder in der Ganztagsschule nachmittags mit den Lehrern zusammen ihre Hausaufgaben machen. Das ist doch super. Dann sehen die Lehrer sofort, wenn ein Kind Probleme im Rechnen oder Schreiben hat. Nummer 20 Naja, ich weiß nicht, ob ich bei ihrer Umfrage mitmachen soll. Ich habe nämlich keine Kinder. Aber der Sohn meiner Schwester, der ist neun Jahre alt und sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Er hat keine anderen Hobbys. Den ganzen Tag spielt er irgendwelche Computerspiele. Oder er sitzt dann vorm Fernseher. Für ihn wäre eine Ganztagsschule bestimmt gut. Da wäre er nachmittags nicht alleine und er könnte sinnvolle Sachen machen. Sport vielleicht oder ein Musikinstrument lernen. Das macht das工作. Du bist währenddessen, der ist eher an der Tag. Und es ist ja das, der ist ja das. Das macht das. Ich glaube, das ist Finding. ich danke Ihnen, ich würde dir einen Tag. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Ich bin echt 가져giving, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020